Wie beenden Narzissten eine Beziehung? Wie ist es, von einem Narzissten verlassen zu werden? Warum wird man vom Narzissten verlassen? Und was kann man tun, um eine solche grausame Trennung irgendwie zu verarbeiten? Mein Name ist Marl Albert, ich bin Beziehungscoach. Seit Jahren helfe ich Menschen, ihren Ex zurückzuerobern, aus der Friendzone zu kommen oder glücklich ihre Beziehung zu führen. Hallo und herzlich willkommen in meinem Video. Und zwar geht es in diesem Video darum, wie Narzissten eine Beziehung beenden. Sie tun das nämlich meistens auf eine sehr grausame Art und Weise, verlassen zu werden von einem Narzissten. Macht überhaupt keinen Spaß, sehr unangenehm. Ich selbst Erfahrung und wir in unserem Team haben regelmäßig Kunden, denen wir helfen, denen eben genau so etwas passiert ist. Und es ist super unangenehm. Wir müssen dafür ein paar Schritte durchgehen. Das Erste, wie klappt es überhaupt, dass wir in Beziehungen mit Narzissten kommen? Was ist da schiefgelaufen? Weil da sind so kleine Sachen schiefgelaufen. Dann müssen wir uns auch anschauen, was passiert ist, warum bleiben wir in diesen Beziehungen? Und welche Verbiegungen, welche Veränderungen durchlaufen wir an der Stelle? Und dann, warum ziehen Narzissten überhaupt weiter? Warum verlassen sie dich? Warum haben sie mich verlassen? Was ist da schiefgelaufen? Und das Schlimme ist ja, uns geht es danach schlecht. Warum fallen wir so? Das ist ein ganz wichtiger nächster Punkt im Video. Und natürlich am Ende ein bisschen Hoffnung auch, wie kann man damit arbeiten? Ich habe ein ganzes Programm dazu, aber da ein, zwei für mich wichtige Übungen raus, um einfach aus dieser Kurve herauszukommen. Und vorneweg erstmal einen wunderschönen Abend für die, die live dabei sehen heute Abend. Ist ein bisschen später. Die Technik hat mal wieder unglaublich, hat mal wieder unglaublich reingespuckt. Und große Frage ist, ob jetzt, wenn das Video wieder zu sehr hängt, dann müssen wir doch wieder noch aufsetzen. Aber wir probieren es einfach mal. Und hoffentlich ist das Video nicht zu sehr leckt. Und zwar vorneweg, wie können wir überhaupt in eine Beziehung geraten mit einem Narzissten? Die Schwierigkeit bei Narzissten ist, dass wir ein, zwei, drei Faktoren haben, die dir bewusst sein müssen. Eine narzisstische Persönlichkeit hat innen drin diesen schlechten Selbstwert. Wenn du dir narzisstische Persönlichkeiten anschaust, nur hast du die Zeit, sie ein bisschen zu beobachten, ihnen ein wenig auf die Finger zu schauen, dann stellt man häufig fest, dass sie eben gar nicht so sicher sind. Dass sie sich hinterfragen. Dass sie in Momenten, wo sie sich unbeobachtet fühlen, eben sehr viele Zweifel äußern. Sich teilweise mit anderen vergleichen, was ihnen zusetzt an ihrem Ego nagt und sie antreibt. Oder dass sie eben häufig mit irgendwelchen Geschichten sich wiederholen, die alle schon kennen, aber die einfach wunderbar funktionieren, um mal wieder zu manipulieren, um mal wieder eine ganze Gruppe umzuändern in eine andere Richtung, damit sie das Gefühl haben, ach, ich bin noch wichtig. Sie nölen, sie stänkern, sie geben an, sie machen irgendwelche solche Sachen. Aber du als erstes, als du sie kennengelernt hast, hast davon gar nichts zu sehen bekommen. Das heißt, hat sich eine narzisstische Persönlichkeit in dich verliebt, in dich verknallt, bist du gerade das Hauptobjekt der Begiede oder die Hauptherausforderung für diese Person, siehst du vor allen Dingen eine unglaublich angenehme und liebevolle Person, die irgendwie drauf hat, dich zu erwischen, dich zu erreichen, dich zu bezirzen. Aus eigener Erfahrung und der Erfahrung von vielen Menschen, mit denen ich sprechen konnte, ist diese Person am Anfang unglaublich passend. Man merkt es gar nicht, aber man hat plötzlich diese Diskussionen, diese Gespräche, der Sex ist toll. Und irgendwie hat diese Person ein paar Sachen, die man sich die ganze Zeit gewünscht hat. Achtung, hier beginnen schon die ersten kleinen Fallen. Ich habe eine ganze Reihe von TikTok-Videos dazu. Vielen Dank für die Likes und vielen Dank für alle, die live dabei sind an dieser Stelle. Wunderschönen guten Abend. Ich habe eine ganze Reihe dazu, wo man teilweise Narzissten durchschauen kann. Nur mal ein Beispiel, wenn er mit dir ausgeht und du bist irgendwo mit ihm unterwegs, dann kennt er plötzlich viele oder ist im Restaurant, weiß er den Kellner, kennt er alle möglichen, macht das perfekt. Dann kommt das Lieblingsessen und so weiter und so fort. Du denkst, wow, ist das schön, dieser Rückenwind, so wie man sich das vorstellt in einem Film. Achtung, das ist der erste Moment, wo du dir schon denken musstest, hat er eigentlich eben, obwohl wir hier auf dem Date sind, mit der Bedienung kurz geflirtet, hat er im Grunde genommen sich selbst ein bisschen inszeniert, war es eigentlich zu rund und hat innen drin eine Stimme gesagt, das ist nicht so schlimm, weil der Rest ist so toll. Es sind diese kleinen Lügen in meinem eigenen Fall. Beim ersten Date hat sie mich irgendwie brüskiert, hat irgendwie mich damit konfrontiert, dass irgendwas, was ich gesagt habe, sie total unangenehm und schlecht findet überhaupt. Und ich weiß nicht, ich habe gesagt, dass mir noch nie beim ersten Date passiert, dass ich angegriffen werde. Aber anschließend hat sie sich dann wieder repariert und ich habe mich entschuldigt und so. Und dann war daraus so ein Knoten gewachsen und ich bin prompt in die weiteren Dates gegangen. Das heißt, ganz am Anfang gibt es Sachen, da hat der Narzisst dich im Visier. Ich hatte gerade einen Fall, kürzlich wieder, wo sie mir einfach erzählt hat, nur von dieser perfekten, perfekten, perfekten Zeit, obwohl davor es ein bisschen komisch war und irgendwann der Narzisst aus dieser Rolle rausgefallen ist und die perfekte Zeit vorbei war, wo du diese perfekte Zeit ewig erinnert und er hat einfach geschafft, genau die Knöpfe zu drücken, die ihm so an ihr gefallen haben und wo er genau wusste, dass sie das total triggert. Und damit hat der Narzisst teilweise diese Möglichkeit, bei dir auszulösen, dass du sagst, wow, ist ja schon fast wie im Film. Wenn das der Fall ist, dann gehen bei mir die Alarmen leuchten los und ich sage, warum fühle ich mich wie im Film, was war aber eigentlich komisch, was war eigentlich nicht in Ordnung, warum hat er in der Vergangenheit in seinem Schrank, wenn du hinten reinschaust in dem Schrank der vergangenen Beziehung, warum sind da lauter Leichen, warum wird immer so viel der Ex-Freunde gelästert, lauter solche Sachen. So, der erste Punkt also, wir rutschen rein. Der zweite Punkt ist, wir bleiben. Warum bleiben? Wir bleiben, weil wir leider häufig in eine Co-Abhängigkeit fallen. Ich möchte ganz kurz Co-Abhängigkeit erklären an der Stelle. Co-Abhängigkeit ist, dass einer beim anderen für den anderen sich verbiegt. Alkoholismus, Alkoholiker. Wir haben einen Alkoholiker, häufig haben Alkoholiker als Partner Co-Abhängig. Partner bedeutet, der Partner sagt, hey, der Alkohol ist nicht gut für dich, aber mir geht es gerade so schlecht. Ach, weißt du was, komm, ich gehe dir was, ich kaufe dir einen ein. Ich bringe dir einen mit. Hier habe ich dir extra einen Alkohol mitgebracht. Danke, danke, danke. Hier hat jemand, der eigentlich gegen Alkohol ist, der sieht, wie es ihm schadet, sogar Alkohol für ihn gekauft. Hat teilweise bei der Firma angerufen, hat, nee, ihm geht es gar nicht gut. Er hat sich gestern den Magen verdorben. Leider, wir waren auf einer Party überhaupt nicht gut. Er in Wirklichkeit im Delirium zwei Tage irgendwie eingeliefert im Krankenhaus und wegen Alkohol. Man lügt. Co-Abhängigkeit ist also, man lügt, man verbiegt sich, man macht das möglich. Und die Schwierigkeit mit einer narzisstischen Persönlichkeit ist, zweiter wichtiger Punkt in diesem Video, dass wir uns im Grunde genommen verbiegen, um es möglich zu machen. Wir machen es schön, um es möglich zu machen. Wir stecken ein. Wir reduzieren uns. Ich weiß noch, wie ich mir da einen ausgerissen habe. Und dann hat ihr das nicht gefallen, das nicht gefallen, das nicht gefallen. Ich so wunder, wunder, gestreckt, höher gesprungen, gemacht, gemacht, gemacht. Und dann wieder, ach, toll, wunderbar, du bist der beste Freund. Keiner und so weiter und so fort. Im nächsten Moment war ich nicht mehr existent. Oh, der da hinten ist so toll. Oh, der ist so großartig. Was habe ich gedacht? Ich habe nicht gedacht, ich sollte gehen. Nein, ich war schon zu tief drin. Ich war so tief drin, als ich gesagt habe, Moment mal, aber okay. Und dann habe ich noch mehr Gas gegeben. Und mich noch mehr angestrengt. Und mich noch mehr bemüht. Es sind kleine Schwächen, die du hast, die ich habe, wo der Narzisst, das ist wie eine Mauer mit so kleinen Rissen. Da kann dann diese Kletterpflanze, Schlingpflanze so eindringen und sich in diese Ritzen so reindringen und die langsam zum Sprengen bringen. Und irgendwann sagst du, was für ein toller Partner. Ganz viel ist es schief, aber ich kehre es mal zur Seite. Und wir haben die dritte Stufe. Der Narzisst, wir haben nicht Schluss gemacht, weil wir angefangen haben, uns daran zu gewöhnen und in einer Abhängigkeit gelandet sind. Das heißt, wir hängen jetzt unten. Wir sind froh, mit diesen Menschen zusammen sein zu dürfen. Wir verzeihen die ganzen Fehler. Wie häufig habe ich schon erlebt, dass Frauen dem Narzissten das Fremdgehen dann doch irgendwie verziehen haben. Weil, ja, also es tut mir leid. Also ja, er bereut es ja auch. Und so in Wirklichkeit war es aber wieder, war es wieder, war es wieder. Haben die Sachen nie ganz gepasst. Was ich mir teilweise anhören musste, unangenehme Beleidigungen, beleidigende Aussagen, dass meine Werte nicht zu ihren passen würden und so weiter und so fort. Man wird immer wieder vom Narzissten damit konfrontiert, dass irgendwas nicht stimmt oder so anders spannender ist. Und so kommt man nie richtig in der Beziehung an, kann sich nur kurz fallen lassen. Ist immer beschäftigt, immer in irgendeinem Film und hey, wir sind alle nach Filmen und Serien irgendwo süchtig. Und genau diese Sucht und auch dieser Wunsch ist vielleicht doch immer zu schaffen, dass der andere mich so ganz akzeptiert, wie ich bin. Dieser kleine Knicks, den wir vielleicht schon aus der Kindheit mitgebracht haben, er ist fatal. Er sorgt dafür, dass wir vom Narzissten entsprechend angedockt werden und wir dort selbst nicht mehr rauskommen. Und deswegen wenige schaffen die Trennung vom Narzissten, passiert jetzt das Vierte und das Schlimmste. Und das ist genau der Titel von dem heutigen Video. Der Narzisst beendet die Beziehung. Verlassen vom Narzissten. Und wie beenden Narzissten eine Beziehung? Es ist sehr hässlich. Ich kenne reihenweise. Ich meine, ich mache Ex-zurück. Ihr wisst, dass ich so ein bisschen der kleine Ex-zurück-Papst bin. Und Ex-zurück ist das Thema. Wir helfen von morgens bis abends mit meinem Team Menschen bei der Rückeroberung, so weit wie ich es gekommen bin. Sie gelingt. Manchmal ist man nur ein Stück weit gekommen. Aber wir helfen. Wir versuchen es zu optimieren. Und idealerweise kriegt die Person ihren Ex zurück oder schafft durch die ganzen Lerneffekte in eine glücklichere neue Beziehung zu kommen. Und wir haben natürlich reihenweise Beziehungen, wo ein Narzisst Schluss gemacht hat. Und wenn er Narzisst Schluss macht, dann ist das einfach leider wesentlich unangenehmer und fieser. Und ich möchte gerne mit euch ganz kurz durchgehen, welche Gesichter das haben kann. Der erste, mit dem ich einfach anfange, ist der, den ich selbst mitbringe, mitgebracht aus eigener Erfahrung. Immer wieder kamen sie im Grunde genommen mit Punkten, wo meine Werte nicht in Ordnung waren. Meine Werte waren wunderbar, aber neben ihren Werten waren sie nicht in Ordnung. Meine Werte waren zu materialistisch. Sie wollte ja unbedingt ganz weit raus, irgendwie eine Entwicklungshilfe. Dass gleichzeitig ich dabei sie damit unterstützt habe und so weiter und so fort, wurde natürlich alles gerne mitgenommen, ohne, dass das Große in irgendeiner Weise jetzt die ganze Sache irgendwie geholfen hätte oder geheilt hätte. Das heißt, der Narzisst macht dich schlecht. Er macht dich runter. Er sorgt dafür, dass du dich schwach fühlst, dass du das Gefühl hast, du hast Sachen, die du nicht lösen kannst, indem er dir Dinge vorwirft, die nicht leicht änderbar sind, sondern in deiner Grundpersönlichkeit hängen. Verrückterweise müsstest du dann sagen, hey, ganz komisch. Eigentlich bin ich halt seit drei Jahren mit ihr zusammen. Ich hatte eben in einem anderen Live-Harm Leute gesprochen von 20 Jahren mit so jemandem zusammen. Das heißt, 20 Jahre lang, drei Jahre lang hat das alles wunderbar funktioniert, hat die Person das gerne mit dir ausgehalten, aber jetzt ist das Problem plötzlich ein echtes Problem. Wir müssen also auch darauf achten, dass der Narzisst nie geht einfach so, sondern er hat Gründe. Bevor ich zu den Gründen komme, möchte ich noch sagen, wie er noch sich trennt. Was er noch macht, ist, er fängt an außenrum über dich zu lästern. Er fängt an, sich zu beschweren. Er lädt seine Umgebung damit auf, wie unangenehm, wie unpassend, wie schlecht du bist. Ganz ätzende Nummer, weil du die ganze Zeit langsam hörst, wie die Spatzen von den Dächern pfeifen, das mit dir was nicht stimmt. Vielen Dank für die neuen Likes und wunderschönen guten Abend nochmal für alle, die zuschauen. Und natürlich alle, die das Video sehen und noch nicht den Kanal abonniert haben. Wir produzieren jede Menge Videos in diesem Bereich, um euch ganz konkret zu helfen, dass es bei euch besser läuft. Wir freuen uns also gerne. Abonniert den Kanal. Willkommen im Kanal Team Daydoktor. Er lästert außenrum. Er macht dich schlecht. Er redet mit seinen Freunden immer wieder so lange schlecht über dich, bis die wieder zurückschallen und echonen, dass wirklich du eine ganz unangenehme Person sein musst, was eigentlich niemand gewusst hat. Und Freunde irgendwann sagen, du musst dich dringend trennen zum Narzissten. Freunde vom Narzissten, Familie vom Narzissten, Kollegen und so weiter und so fort sagen, von der Person musst du dich trennen. Und du erlebst so etwas wie einen kleinen sozialen Abfall. Die Leute schauen auf dich, haben plötzlich einen Blick auf dich. Du merkst, die sind nicht mehr wie früher neutral und freundschaftlich dir gesonnen, sondern haben so diesen bisschen schiefen Blick nach dem Motto, na, du bist auch ein bisschen sehr schur. Du hast ja da so ein paar Sachen geleistet, die waren nicht gut. Wenige durchschauen, dass der Narzisst dich schlecht gemacht hat, nachdem er dich vorher die ganze Zeit am Haken festgehalten hat, mit seinen kleinen manipulativen Tricks dich angefüttert und gehalten hat, musste er dich jetzt natürlich schlecht machen, runtermachen und nur wenige durchschauen, diese ganz viele Sachen. Er selbst, drittens, ist natürlich überhaupt nicht schuld. Er hat alles versucht. Ich habe wirklich alles getan, um diese Beziehung zu retten, aber ich war selbst ich, selbst ich war mit meinem Latein am Ende. Eine klassische narzisstische Aussage, die einfach so gut klingt, dass er sie selbst unglaublich gerne wiederholt und sie selbst glaubt. Oder sie auch, wie gesagt, Narzissten, habe ich noch gar nicht erwähnt, in anderen Videos, rede ich über Narzissten, kannst du nachschauen, wie Narzissten sich da so verhalten. Es sind auch häufig weibliche Narzissten. Sie selbst, er selbst war natürlich nicht schuld, er hat wirklich alles probiert. Er war einfach mit seinem Latein bei dir am Ende. Und das Schlimmste bei der Situation ist, nachdem du schon unten warst, hier unten, da, nachdem du schon unten warst, jetzt merkst du richtig, wie er langsam anfängt, die Strippen durchzuschneiden. Und du sagst ab. Dieses Absacken wird subjektiv als unglaublich unangenehm. Wir haben hier echte Liebeskummerhüllen. Wir haben hier richtig entwürdigende Zustände. Wir sind überhaupt nicht happy, wir sind gar nicht in unserer Mitte. Wir fühlen uns so schlecht, weil wir haben die ganze Zeit in der Beziehung versucht, das zu halten. Und jetzt sacken wir noch mehr ab. Nicht selten kommt der Narzisst und trampelt noch auf seinen Opfern. Ich muss es so sagen, einfach rum. Wie gesagt, gleich zu den Gründen, die den Narzissten bewegen, bevor ich am Ende mit zwei konkreten Übungen aus meinem Programm Narzisst loslassen komme, was du tun kannst. Nicht selten trampeln sie noch auf dir um. Wenn du noch mal versuchst, mit dir zu sprechen, kommen sie sehr unangenehm im Sinne von Ich habe dir genau erklärt, warum es hat doch eh keinen Sinn, bist du zu dumm, es zu kapieren. Solche Sachen, habe ich schon gehört, wurden Menschen mehrfach gesagt. Mehrfach gesagt. Meld dich ja nicht, probiere es ja nicht, etc. Es ist eh alles für die Katz. Du kapierst es ja eh nicht und so weiter und so fort. Beleidigungen werden ausgesprochen, entwürdigende Aussagen, teilweise auch Freunden gegenüber. Sie ist eh zu dumm, er ist eh zu... Ich kapierst eh nicht. Er hat es eh nicht verstanden. Und dann wird auch im Nachhinein ein ganz, ganz fieses Nachspiel. Die ganze Beziehung ist plötzlich schlecht. War nie toll mit dir. War alles schlecht. Katastrophe. Achtung, 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 schon mal hier für dich, hat nichts mit dir zu tun, sondern damit, dass der Narzisst unbedingt mit reiner Weste aus der Beziehung raus möchte, um anschließend wieder glänzend dazustehen und zu sagen, also der Letzte, die Letzte waren ganz schlimm für mich, aber ich habe es Gott sei Dank geschafft, rauszukommen. So, das heißt, er hinterlässt dich nicht einfach, wo du stehst. Nein, er trampelt noch, um auf dir rauszuspringen, woanders hin. Und du hier unten mit dem Gesicht voll im Schlamm. Schlechter Gefühle, depressive Zustände, Liebeskummer und du verstehst die Welt nicht mehr, weil, und das ist das Problem, weil du in der Beziehung eben latent verbogen worden bist, du im Grunde genommen zu viel gegeben hast, dafür nicht richtig belohnt worden bist, weil du eben einem toxischen Partner aufgesessen bist, in deiner Co-Abhängigkeit, kannst du erstmal auch gar nicht aufrecht stehen. Der Narzisst, der dich sonst immer wieder so ein bisschen hintrapiert hat, ist plötzlich weg und du fällst einfach mit dem Gesicht voll auf die Schnauze in den Matsch. Was bewegt den Narzissten dazu, dich in ein solches Loch fallen zu lassen, nachdem jahrelang oder monatelang alles wunderbar war? Es sind ganz triviale Gründe. Erstens, er hat woanders was Besseres gefunden. Woanders ist es ein bisschen schöner, ein bisschen cooler, ein bisschen hotter. Da gibt es die eine, die alle so toll finden, die eine Kollegin. Da gibt es den einen Neuen, der irgendwie zufälligerweise da abends mal dabei war. Mit dem verstehe ich mich jetzt so gut. Mit dem bin ich jetzt die ganze Zeit auch am Schreiben. Nee, das war immer nur freundschaftlich. Nein, nichts hatten wir. Ich mache es noch nicht während der Beziehung. Reihenweise betrügen sie teilweise während der Beziehung schon mit diesen Außenstehenden. Und jetzt, mir selbst ist es lustigerweise so gegangen, also sie macht Schluss. Nein, natürlich nicht. Du musst verstehen, dass ich einfach keine Gefühle mehr habe und unsere Werte haben ja eh nie gepasst. Drei Jahre lang waren sie gut genug. So, und dann ein paar Tage später, pum, jetzt sind wir zusammen. Huch, das ging aber schnell bei mir, ich weiß. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm, sagt dann der Narzisst. Ach ja, ja, aber das war doch klar. Aber ich meine, wir beide sind halt, wir sind halt wirklich von, also wir sind aus demselben Holz geschnitzt und der Narzisst bläst seine neue Botschaft an alle raus auf den Markt. Hier, wir, das neue Traumpaar. Und du liegst, wo liegst du schon im Matsch? Und jetzt, noch tiefer. Du dachtest gar nicht, dass es noch tiefer geht. Ich dachte nicht, dass es noch tiefer geht. In meinem wunderbaren Buch, Ex-Partner zurückerobern, erzähle ich ja davon, wie ich einfach nur noch innerlich am Fallen und am Fallen war. Jetzt, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist auch ein ganz trivialer Grund. Der Narzisst hat irgendwie nicht mehr geschafft, dass du dich bewegst, dass er dich irgendwie manipulieren kann, bewegen kann, da aus dir rausbringen kann. Du bist einfach langweilig geworden oder resistent geworden. hast du plötzlich angefangen, um eine Linie zu ziehen. Hast immer gesagt, tut mir leid, das und das geht nicht. Hast irgendwo Konter gegeben. Hast ihm widersprochen, wie konntest du noch, hast irgendwelche Sachen gemacht. Und er bestraft dich. Weil was fällt dir ein, dir bösen Mädchen, dir bösen Buden, diesen Narzissten da, das Handwerk zu legen. Du hast dich mal ein bisschen gewehrt. Du hast mal ein bisschen gesagt, Menschenskinder, kann es sein, dass du eigentlich immer nur gut drauf bist, wenn du was getrunken hast und wenn deine klassischen Fanfreunde um dich rumstehen und dann bist du der Entertainer und alle kleben an deinen Lippen. Und er hat ganz kurz mit diesem Blick geschaut, so mit diesem Blick. Und jetzt ist er auf dem Rachezug, und du denkst, das kann nicht sein. Aber ja, du hast ihn durchschaut, du hast schwache Seiten an ihm entdeckt. Er kann sich jetzt neben dir nicht mehr grandios fühlen. Das ist ein echtes Problem für ihn. Und dafür riskiert er mal eben die gesamte Beziehung und für dich monatelang Depression, Liebeskummer, etc. Ganz wichtig, weil ich, ich schaue mal ganz kurz, wo ich es finde. Ah, ich finde es jetzt nicht auf Anhieb. Das Ex-Zurückbuch. Bau dich unbedingt auf. Es ist wichtig, dass du dich aufbaust an der Stelle. Und dass du weißt, 2.0, in dem Fall, viele kennen den Begriff 2.0 von mir, wo du dich weiterentwickelt hast. Da muss mit drin sein, dass du eben nicht die ganze Zeit mehr in diesem Schatten bleibst von der Person. Ich habe, wie gesagt, extra ein neues Programm auflegt, was nur darum geht, wie du bei einem toxischen Partner von Narzissen, Narzissen wieder rauskommst. Diese zwei lächerlichen Gründe sind die Hauptgründe, warum der Narziss geht. Unglaublich, ne? Bei dir fällt alles zusammen. Eventuell habt ihr zusammen Kinder, etc. Ein Haus finanziert, etc. Und ja, da war ein anderer Spann da. Oder irgendwie mit dir, nee, irgendwie, na, du hast doch auch gemerkt. Na, hast doch gemerkt. Und warum und so. Und du denkst die ganze Zeit, deswegen hat er eine Beziehung weggeschmissen, in die ich jahrelang investiert habe. Ja, deswegen. Zum guter Letzt, ich habe es versprochen. Vielen Dank für die neuen Likes an der Stelle. Was kannst du tun und was ist für mich der Weg? Und es ist ein, erstmal vorneweg musst du wissen, hast du mein vollstes, vollstes Mitgefühl. Es ist ein knallharter Weg. Ich habe Videos und ich habe ein Buch in den Videos Ex-Partner loslassen. Die kannst du auch anwenden auf den toxischen Partner. Und das Programm, was ich jetzt hier, ist der Daumen, endlich fertiggestellt habe, womit beginne ich und was auch die erste Übung ist, die du jetzt direkt machen kannst. Immer als erstes, das ist das Wichtigste, du musst immer, wenn du mit dem toxischen Partner zusammen warst, musst du dafür sorgen, dass du erstmal durchschaust, wo der überall im Grunde genommen toxisch war. Ich mache es mal wieder kurz weg. Wo hat der, bei mir ging es los beim ersten Date, als ich meine Liste das erste Mal geschrieben habe, wo eigentlich diese Person narzisstisch war, weil man denkt ja nicht, die ist narzisstisch, man denkt, wahrscheinlich narzisstisch. Und Achtung, das ist das Erste, wo du dich belogen hast. Es ging bei mir los, beim ersten Date hat sie mir schon hart einen eingeschenkt. Es ist mir noch nie bei einem Date passiert, es ist mir nie wieder beim ersten Date passiert. Ich dachte, da war schon was komisch. Dann, dass sie immer so ein spezielles Ding gemacht hat, bei mir in dem Fall, dass irgendwelche anderen tollen Freunde so wichtig waren und mich dabei völlig nach hinten geschoben haben. Völlig unwichtig war ich. Diese ganzen Sachen. Erste Übung ist, du schreibst auf und denkst dir, was wäre, wenn es vielleicht ein narzisstischer Partner gewesen wäre? Was wäre es? Du sammelst diese Punkte, das ist ganz wichtig. Der Fachbegriff dazu für mich, Entronisierung. Ich muss ihn vom Thron holen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, du musst wissen, innen drin bist du leider noch wie ein Drogenabhängiger. Das heißt, für mich ist der wichtigste Schritt zwei, ich muss selbst in den Spiegel schauen, wo habe ich an der Stelle mich angefangen zu verbiegen, wo habe ich eigentlich in mir diesen komischen Hoffnungsschimmer, den Hoffnungsschimmer, dass diese Person eventuell, wenn sie nur zurückkommen würde, mich wieder heilen würde. Warum denke ich, dass jemand, der mich wirklich mit Ellbogen und Faust in den Schlamm mantscht, warum denke ich, dass diese Person mich noch retten kann und ich muss anfangen, bei mir hinzuschauen, da hilft häufig Coaching, ganz klar, da hilft Coaching, wo konnte ich, wo konnte ich, wo konnte, an welchen Ösen, an welchen Schwächen konnte diese Person sich im Grunde genommen reinfräsen und mich zerlegen, sodass ich überhaupt diese Person zurück will. Und deswegen geht dann von dort aus die Kurve, machen wir noch einen dritten, warum nicht, die Kurve geht dann dahin, dass ich meine Gedanken anfangen muss, zu stören, zu unterbrechen. Also das war für mich eine der wichtigsten Übungen, hier, die ich da drin, auch da ist, beschrieben habe, und zwar, dass du für dich unbedingt, unbedingt, dich mental immer wieder freischütteln musst, freischütteln musst von dieser Person und dir klar machen musst, Stopp, 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 Hau ab, verpiss dich, raus aus meinen Gedanken, raus aus meinen Gedanken. Es war für mich eine der, ich kann es nicht in Worte fassen, weil das ist einfach, das ist super schwer. als ich irgendwie geschafft habe, dass ich es durchschaut habe, da war ich erst mal, aber ich will sie immer noch zurück. So, dann habe ich sehr viel Ex zurück auf die Harte gelernt, sehr viel Ex zurück auf die Harte gelernt, was geht und was nicht geht und bin teilweise gescheitert und dann bin ich wieder ein bisschen vorwärts gekommen, es war ganz traurig, aber es gibt manchmal Beziehungen, wo ich auch ganz ehrlich bin und sage, diese Person ist so schädlich für dich, so schädlich, die willst du nicht zurückhaben, es sei denn, du willst dich richtig, richtig kaputt machen. Falls du Kinder hast, noch kaputter machen, dass deine Kinder noch weniger dich als gesunden, glücklichen Elternteil haben können, schlechtes Vorbild sein und je tiefer du dich an eine narzisstische Person quasi da reinbohrst und da irgendwas erreichen willst, desto mehr geht bei dir Selbstwert kaputt, deine Selbstliebe leidet, Selbstvertrauen, ihr kennt diese ganzen Themen aus meinem Podcast, für alle, die meine Inhalte auch auf Podcast sich anschauen, anhören, anhören, all diese Sachen leiden, wenn du dich die ganze Zeit reinbohrst, eine narzisstische Persönlichkeit zurückzuerbauen. Ja, sie reagieren teilweise wunderbar auf meine ganzen Techniken, die Kontaktsperre und das attraktiver werden, etc. Aber, wenn du für dich entschieden hast und deswegen gönn dir das, zieh dir das Programm rein, gehst durch und schau an einer Stelle, es gibt eine Stelle, wo es darum geht, sich zu entscheiden. Okay, hier und jetzt mache ich den Cut. Wenn du den Cut machst, ist es wie wenn ein Heißluftballon, der von Tausenden von Seilen und Schlangen und Dreck und Schlamm und Ranken am Boden gehalten worden ist und plötzlich lösen die sich langsam und du steigst auf. Es ist unglaublich schön rückblickend, sind es läuternde Erfahrungen, du kannst Freunden helfen, du bist für dich beziehungsfähiger, du hast dich weiterentwickelt. Deswegen, es war ein dich zersetzender, mit Säure dich zerfressender Charakter, wenn du schaffst, da rauszukommen, das alles zu dich schauen, bist du stärker, wie wenn du geschmiedet worden bist. Das ist also eine der schönsten, unerwartetsten eigentlich Geschenke hinten drin in dieser ganzen Sache, ist, wenn du daraus eine Erfahrung machst und du schaffst es, dich durch das Loslassen, einmal Narzisst loslassen, Ex-Partner loslassen, dich darüber zu erheben. Sie hatte mit mir Schluss gemacht und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach geschafft habe, das in mir durchzuknappen. Das war unglaublich, traumhaft, ich habe mich wieder verliebt, ich war beziehungsfähiger als vorher, ich hätte es nie gedacht und ich konnte in die Augen schauen und sagen, du warst nicht gut für mich, das weißt du auch oder vielleicht weißt du es nicht und ich war innen drin, in diesem unglaublichen Zustand von Klarheit und Frieden. Sauschön. Wäre wahrscheinlich, um diese Erfahrung, auch mich da selbst irgendwie am Schopf rausgerissen zu haben, wäre ich wahrscheinlich nie Date-Doktor geworden und hätte dir mit diesem Inhalt nie helfen können. Ich wünsche mir also von ganzem Herzen, dass du, du kannst gerne versuchen, da wieder in Kontakt zu kommen etc., aber gib auch der Chance, gib der Chance des Loslassens, gib dem der Variante Chance, hast du jemanden, den du kennst und sie oder er hängt in einer toxischen Beziehung fest und du siehst, dass eventuell dieser Narzisst mit ihr oder diese Narzisstin mit ihr Schluss machen wird und dann dein Freund, dein Verwandter noch tiefer fällt, rette ihn so früh wie möglich. Es ist kein Witz, was teilweise Narzissten abziehen. Du glaubst es nicht, weil manchmal dir selbst deine eigene Schwester, dein eigener Bruder nicht erzählt, was in der Beziehung da abläuft und wie sie Person leidet, weil es den meisten Leuten, mir war es auch so, teilweise peinlich ist, dass man gar nicht zugeben möchte, wie tief man da drin hängt und was für Sachen man mit sich machen lässt. Einfach nur, weil man sagt, ich muss die Beziehung retten, ich kriege das hin, wir werden doch jetzt nichts wegschmeißen hier. Das ist so. Und in Wirklichkeit ist man schon ganz tief, ganz tief drin. Und man findet den Ausgang nicht. Deswegen, du kannst Videos teilen, auf YouTube einfach oben den Link schicken, per WhatsApp oder SMS, wenn du denkst, jemand hat sich, hängt da irgendwo fest oder mit jemandem wurde Schluss gemacht und eigentlich denken alle, sei froh, dass er geht, aber sie weint Tag und Nacht und will ihn nur zurück. Eventuell, eventuell wird dieser Inhalt ihr helfen, eventuell wird das Programm Ex-Partner, toxischer Partner, Narzisst loslassen, was ich da, wenn ich fertiggestellt habe, wie viel Arbeit, das war unglaublich, ich habe das ewig angetickert, dass es kommt, jetzt ist es da. Eventuell wird sie mit diesem Programm, wird er mit diesem Programm rauskommen und dir sagen, unglaublich, aus was für einem, aus was für einem Albtraum wache ich hier gerade auf. So ging es mir, ich bin wie aus einem Albtraum aufgewacht. Und danach bist du wie geimpft, so ein bisschen. Du hast einfach eine Nase mehr für all diese Personen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass dir das nicht passiert. Was haben wir diese Woche? Und was haben wir diese Woche? Wir haben nächste Woche, der Ex-Partner fällt sich ambivalent. Komisch, warum? Wir haben gestern gehabt, was ist Empathie? Und ich freue mich, dass viele diese Empathie-Videos von mir gesehen haben. Und ich merke es in den Coachings, wenn wir im Coaching sind, dass Leute mehr und mehr jetzt unterscheiden können, wo sind sie empathisch und wo sind sie eigentlich nicht empathisch, sondern wo haben sie eigentlich nur Mitgefühl. Schön. Vielen Dank für die Kommentare, für die Likes an der Stelle, auch dafür, dass das Video von anderen Leuten gefunden wird. Empathie und Mitgefühl ist nicht dasselbe, es sind zwei verschiedene Punkte. Dann haben wir, ist Empathie angeboren, ein Video am Donnerstag. Und natürlich, wir sind beim Podcast immer noch in der Extrückstrategie-Reihe und da ist jetzt der vierte Podcast. Kämpfen. Nicht Kontaktsperre, sondern was ist, wenn ich wirklich sage, ich will dich und ich kämpfe. Was sage ich dazu, findest du in meinem Podcast diesen Donnerstag oder, falls du dir das Video später anschaust, an irgendeinem Donnerstag in der Vergangenheit. So, wie immer gibt es als kleines Dankeschön für alle, die live dabei sind, für dich, die mir helfen, dass ich das jeden Montagabend durchziehe, jetzt schon seit langer Zeit, ein paar Fragen ich beantworte. Erstmal nochmal einen wunderschönen guten Abend für alle, die gerade da sind. Ich hoffe, ich finde ein paar Fragen, die für euch spannend sind und vielen Dank für die Likes. Ihr helft wirklich, dass dieses Video einfach direkt auch von Leuten, die unter Narzissten leiden, wirklich gefunden wird. Das ist tatsächlich so. Deswegen bedeutet es mir auch immer so viel und ich sage es immer tausendmal, wir haben davon jetzt keinen großen monetären Vorteil, aber das Video wird einfach leichter gefunden. Wir machen uns die Mühe und es ist natürlich immer schön, wenn die Mühe ankommt oder wir dann später irgendwo ein Dankeschön bekommen oder jemand schreibt, danke mit, deiner Hilfe habe ich echt einen narzisstischen Ex-Partner losgelassen und mir geht es besser. Auf geht's. Also, was haben wir hier? Liebe, vielen Dank für die Komplimente, die ich da gerade sehe und den Daumen hoch und diese ganzen Sachen. Mega, super gerne. Ebelin, sieben Monate. Er narzisstisch wohl, schwere Beziehungen, seit sechs Monaten ist er weg, regelmäßig verletzte Nachrichten von ihm bekommen, wollte Sex mit mir. Ich leide psychisch unter seinen Anschuldigungen. Wie heile ich? Traumhaft, traumhaft, danke, total passend zum Partner, zu diesem Video. Verzeihung. Wir haben erstens, musst du wissen, dass, wenn er so viel Scheiße um sich schmeißt, er sich selbst die ganze Zeit die Hände dreckig macht. Du musst dich retten teilweise, indem du auch von außen auf euch beide drauf schaust. Ihr seid hier unten, die beiden und von mir aus ist er der Schwarze mit dem schwarzen Ring und du bist so und du musst von oben drauf schauen und sagen, der Typ, der ist doch bestimmt bei seinen Befreunden schon bekannt dafür, bekannt dafür, dass er grundsätzlich immer irgendwelche armen Ex-Freundinnen verteufelt. Es hilft dir, wenn du weißt, dass du nicht der Einzige bist, die Einzige bist. Es hilft dir außerdem, wenn du weißt, dass viele sich denken, oh mein Gott, was wirft es für ein Licht auf ihn, so rumzuplärren und dass er damit sich im Grunde genommen selbst ganz schön also blamiert. Zweitens, was ganz wichtig ist, Narzissten haben nicht, haben nicht den langen Atem, von dem man denkt, dass sie ihn haben. Sie sind häufig mit ihrem schlechten Selbstwert eher Kurzstrecken-Sprinter. Das heißt, wenn du entweder immer gnadenlos rückspiegelst im Sinne von von ihm kommt irgendwie die Faust und du sagst einfach, so einen Scheiß brauchen wir anhören, einfach völlig, du denkst nicht nach, du schreibst einfach, du spiegst einfach so, es kommt eine Anschuldigung, du sagst, kehr von deiner eigenen Hütte, schau erst mal in den Spiegel, ach, schau mal, wer das behauptet, du warst viel schlimmer. Denk nicht nach, nicht nachdenken heißt, deine Emotionen sind nicht so drin und du schiebst einfach die Sachen zurück. Wird er irgendwann feststellen, dass es unangenehm ist, hier zu schreiben, weil da gibt es ja eben diesen Rückpiekser. Ich weiß noch, welchen Typ man in der Klasse hatte, der definitiv eine Richtung Psychopath war und auch eine narzisstische Störung hatte und der schnipste mich dann immer am Ohr und ich hatte natürlich total Angst, weil das war so der aggressive Typ, der hatte schon Verweiße, der war schon Eismöchel, der hatte schon Schlägereien hinter sich und ich habe mir gedacht, Hilfe, Hilfe, was mache ich jetzt? Und irgendwann habe ich einfach, jedes Mal, wenn er uns von hinten kam, mich einfach umgedreht, habe gedacht, mein Gott, dann poliert er mir halt die Fresse und habe mich revanchiert. Er hat sofort aufgehört, weil er damit gar nicht umgehen konnte, dass ich mich gewehrt habe. Das war für ihn viel zu viel. Also hat er lieber andere genommen und hat ein bisschen wie andere ständig am Ohr schnippst und von hinten stupst, die sich halt nicht gewehrt haben. Narzisst, musst du wissen, suchen sich also häufig auch schwache Opfer aus, die das mitmachen. Zeig dich stark, trau dich und stelle fest, er hat gar nicht so viel Atem. Habe ich noch einen Punkt an der Stelle? Wollte Sex? Anschuldigung, links rein, rechts raus. Ich empfehle dir, die Anschuldigungen wirklich aufzuschreiben. Mach diesen ersten Schritt von dem Programm und gehe durch dieses, ich habe richtig so einen Aufbau, wo du so ihn zuerst schlecht machst, dann deine ganze Motivation zusammen sammelst, um dann endlich diesen Strang durchzuschneiden. Und in dem Moment, wo du auch merkst, dass es eigentlich, dass er einfach ein kranker Typ ist, der sein Leben lang nicht viel ernten und erreichen wird, kann man teilweise damit auch Frieden schließen. Carla, was bedeutet es, wenn der Ex alle vier Wochen nach einem Treffen fragt, es aber dann nichts Konkretes wird? Ich gehe nicht so wirklich auf die Anfragen ein, er fragt aber auch nicht weiter danach. Klassischer Schiefstand, ein Ex-Zurückfall, was anderes jetzt in dem Zusammenhang. Das heißt, dass der Ex zwei Varianten, dass der Ex die ganze Zeit nicht weiß, das wäre das Video für das nächste Mal, vielleicht ja gleich hier, der Ex fände sich ambivalent. Kleiner Vorgeschmack auf nächsten Montag, was geht da am Ex vor sich? Unter anderem geht da am Ex vor sich, dass er sich mal angezogen fühlt, vielleicht machst du die Ex-Rückstrategie, aber nur halb gut und dann wieder gelangweilt und gelangweilt und so weiter. Das Wichtigste ist, diese Anfragen einfach zu ignorieren. Nach dem Motto, wenn einer ein Kieselsteinchen ein bisschen hochwirft und wieder zurückfällt, beeindruckt mich gar nicht. Da muss schon einer kommen und sagen, stopp mal, hier bin ich wirklich und auf dieses ich bin ich wirklich würde ich erstmal nicht mehr warten. Du musst wissen, dass das reihenweise passiert und mit solchen Ambivalenzen zu tun hat, nächsten Montag mehr. Vielen Dank für die Frage, um einen kleinen Kläferhänger von nächsten Montag zu generieren. So, was haben wir noch für eine Frage? Lieber Günther, von ganzem Herzen eine Frage für dich. Rache Karl servieren, würde sie im Nachgang gerne nochmal so richtig auf den Pot setzen, würde mit Freude bereiten, fühlt sich zudem gerecht. Ich glaube, da fehlt mir ein Teil 1 von dir. Hat da irgendjemand mit dir hart oder komisch Schluss gemacht? Ich suche mal, nein. Durchdauer. Trennung und Zusammenkommen ist gut von dir beschrieben. Sehr, sehr gut. Prima Grund, ich lege es mir noch meinen Polieren, Kontra geben. Ich gehe einfach auf das Prinzip ein, weil es da mehrere Nachrichten gibt und ich das nicht auf die Schnelle so zusammenkriege. Ich weiß, dass uns YouTube leider so ein bisschen beschränkt mit der Nachrichtenlänge. Rache ist etwas, was häufig, wenn du in deiner Rache kommst und meinen Liebeskummer-Ratgeber kennst, dann weißt du, dass man im Liebeskummer durch vier Phasen geht und leider erst die dritte Phase, diese unglaublich heilende Wutphase. Und der Wutphase ist viel Heilung und wenn man da ein bisschen einen Schlag mitbekommen hat, dann hat man manchmal auch durchaus Lust auf Rache, vor allen Dingen, wenn man verarscht worden ist. Kann ich total verstehen. Ich möchte ganz kurz sagen, du hast zwei Möglichkeiten damit umzugehen mit der Rache. Der eine ist der sehr, sehr, sehr schwere Weg, den schaffen wenige und deswegen ist er auch nicht für alle gemacht. Ich möchte dir gleich sagen, das ist der, wo man irgendwie in sich schafft, drüber zu stehen und zu sagen, Rache würde mich nur runterziehen. Star Wars würde sagen, Rache ist die dunkle Energie, öffne dich nicht der dunklen Energie, wie auch immer. Aber spirituelle und esoterische, spirituelle Menschen, Menschen mit einer hohen Herzensbildung würden sagen, du machst, du besudelst dein eigenes Herz bei der Rache, steh drüber und lass es los, es bringt nichts. Und manche Leute schaffen das und sagen, okay, die wird damit noch reinweise auf die Schnauze fallen. Wie mein Guest, fall auf die Schnauze. Wenn das aber nicht der Fall ist und die ganze Zeit merkst, wie es dich innen drin anzieckt und an dir knabbert und dich von innen auch so ein bisschen anätzt, dann ist es für mich durchaus eine Phase, wo ich sage, okay, ich habe hohe innere Motivation, aus der Motivation kann ich zumindest etwas, nämlich ich kann Energie generieren zu lernen. Und dann wäre natürlich das Extraprogramm für dich das Richtige. Ich habe ja eben mal ganz kurz versucht, das irgendwie zu zeigen, aber natürlich habe ich das nicht geschafft, weil man ja nicht alles gleichzeitig machen kann. Die Schwierigkeit ist nämlich, dass du sehr hart an dir arbeiten musst, damit deine Partnerin überhaupt wieder die Lust hat, sich in deine Richtung zu strehen und dich plötzlich für interessant zu achten. Oh, der Günther, jetzt schau mal an, krass. Und das ist das Geile, was ich mag, dass du sehr, sehr viel Selbstarbeit machen kannst. Und, wo habe ich es denn? Was muss das hier sein? Ja, tatsächlich. Und wenn du diese Arbeit machst, dann gewinnst du unglaublich. Und diese Energie, die nehme ich gerne mit, also dieser Wunsch nach Genugtuung ist ein wunderbarer Wunsch, mit dem du schaffst, dich auf jeden Fall erst mal als Persönlichkeit weiter zu entwickeln, attraktiver zu werden, idealerweise natürlich. Vielleicht hast du auch ein paar neutrale Personen, die dir helfen können und sagen können, ja, du wirst wirklich attraktiver. Vielleicht auch bei uns Coaches, in meinem Team. Reihenweise sehe ich manchmal Leute und sage dann schon so, tut mir leid, dieses Profilbild, das ist nicht gut, aber das ist doch ganz gut. Nein, weil man sieht einfach diese leichte Trauer. Dafür haben wir natürlich einen Blick, dann weiter, weiter, anderes WhatsApp-Profilbild, das ist gut. Und solche Sachen, also da gehst du durch. Und wenn die Person narzisstisch war, leider, da gibt es auch ein anderes Video von mir, zu narzisstische Ex-Partner, sprechen leider ziemlich gut auf die Ex-Zurück-Aktionen an, weil sie eben mit ihrem, und da habe ich es letztendlich geschafft, weil sie eben mit ihrem Ego so schön triggerbar sind. Das heißt, wenn du hier das Aufbauprogramm machst und deine ganzen Fragen und deine Techniken und Reaktionen alle im Griff hast, übrigens auch hier für den Fall eben mit dem, meldet sich alle vier Wochen, aber es kommt nie ein Treffen raus. Dann hast du teilweise sehr viel Genugtuung, weil die Person plötzlich wieder anfängt, sich nach dir zu erkundigen. Achtung, tu mir bitte einen Gefallen, wenn du diesen Weg gehst und Rache ist dein Motor, Rache macht nicht glücklich. Das ist einfach so. Aber man hat so ein bisschen Satisfaktion, das weiß ich, in mehreren Fällen, wenn dann plötzlich die Ex-Pierre sagt, oh, du bist ja so spannend, vielleicht war es ein Fehler, als wenn wir uns getrennt haben und dann plötzlich sagst du, na also, na also, jetzt kann ich loslassen, Jungs, jetzt kann sie gerne irgendwie sich auf ein anderes auch immer das Opfer stürzen. Ich hoffe euch von ganzem Herzen, ein wenig heute Abend geholfen zu haben. Ich hoffe, wach machen zu können. Bitte, hast du jemanden mit toxischem, narzisstischem Partner, bist du selbst noch drin oder hol dir Hilfe. Mit jedem Jahr wirst du ein wenig tiefer sinken und mit jedem Jahr tiefer gesunken, ist die Strecke größer. Das heißt, wo auch immer du schon steckst, jetzt könnte der perfekte Zeitpunkt sein, es zu ändern, rauszubrechen, dich zu schützen, Kinder zu schützen, was auch immer zu schützen. Und hast du jemanden, dem das so geht, schau nicht zu, mach eine Intervention, geh hin und sag, können wir uns zusammensetzen? Ich habe mich hier nur zusammengesetzt, vielleicht hast du noch zwei, drei Freunde oder Verwandte, die das alle so sehen, weil du uns so am Herzen liegst und wir können nicht zuschauen, wie du hier runtergehst und untergegehst und untergegangen bist. Tu, was immer du kannst, komm da raus. Wer es schafft, ist anschließend weiser, beziehungsfähiger und vor allem als erstes wieder langsam, wieder glücklicher, weil man in seiner eigenen, glücklichen, schönen, leichten Seite wieder ankommen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche von ganzem Herzen. Alles, 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 alles Liebe und bis zum nächsten Montag. Und wo habe ich wieder mein kleines Auto? Jedes Mal suche ich mein Auto. Da ist mein Auto. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.date-doctor-emanuel.de 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 www.date-doctor-emanuel.de